30 Jahre Köttermann. Nein, 30 Jahre arbeite ich für Köttermann. Liebe Köttermänner, herzlichen Glückwunsch zu eurem 75-jährigen Jubiläum. Für mich auch was jubilarisches, schon fast. Ein halbes Leben arbeite ich jetzt mit euch zusammen. Immer sehr vertrauensvoll, immer mit viel Freude. Ich möchte es nicht missen. Macht weiter so auf die nächsten 75 Jahre. 30 Jahre werde ich es wohl nicht mehr schaffen, mit euch zusammenzuarbeiten. Aber danke für alles und danke an alle, die dabei waren und noch eine schöne Zeit. Tschüss, euer Dieter Blendl aus Würzburg.